Fisch kommt da auch zu, da können wir noch rein. So, dann machen wir mal drei Numizen für den geballten Marsch. Fertig. Dann bräuchten wir noch halt vier für die Ballistik. Die Ballistik macht halt unsere Musketiere stärker, weil wir werden Musketiere brauchen, um Amiris anzugreifen. Amiris Raspun anzugreifen. Wir haben nämlich hier einen Turm und noch hier einen Turm. Und ja, ihr seht, Geistliche haben jetzt gerade Vorrang vor... ...der Wirtschaft. Das ist auch etwas, was man immer behalten sollte. So steigert sich unser B langsam. Ja, die Getreidescheune reißen wir mal ein, äh, die Mühle und bauen sie lieber hier wieder auf. Machen da unten lieber noch eine Getreidescheune hin, dass wir vielleicht eine zentralere Mehlproduktion haben. Mh, aber dafür eine etwas unzentrale Weizproduktion. Und ja, was ich die ganze Zeit noch sagen wollte. Technologie ist nicht ganz so einfach, wie es jetzt den Anschein hat. Und in den späteren Missionen müssen wir uns dann nämlich mit den KI-Gegnern Wettrennen um die Technologien leisten. Das heißt, wir schicken zum Beispiel drei Novizen los, um den Gewaltmarsch zu erforschen. Der Gegner hat dann Zeit, bis meine Novizen losmarschiert sind, um vier Novizen loszuschicken. Um mich zu überbieten. Dann habe ich die Gelegenheit, bis seine Novizen angekommen sind, ihn zu überbieten. Mit fünf Novizen insgesamt, also zwei, zwei mehr. Und so geht das Leben weiter, bis einer von uns beiden aufgibt. In der Mission jetzt ist es zum Glück noch einfach, da Rasmun keine Intuition hegt, zu den Klostern zu marschieren. Also ja, es gibt insgesamt eigentlich drei Klöster, Wissenschaft, Handwerk und Botanik. Und im Augenblick erforschen wir jetzt für Handwerk den Gewaltmarsch. Das heißt, meine Mönche sind auf dem Weg ins Kloster des Handwerks, was hier drüben ist. Ah, die sind auch schon bald angekommen. Die Zeiten allerdings, bis es runter tickt, sind immer die gleichen, auch wenn die Mönche viel früher ankommen, weil der Weg kürzer ist, ums Pferd zu halten halt. So, die Mönche sind angekommen im Kloster. Bald haben wir dann den Gewaltmarsch. Und wir produzieren jetzt auch wieder mehr Nahrungsmittel. Für mehr Gold. Mehr Kohle. Und mehr Münzen. Ja, das Land hier wird gut ausgenutzt. Jetzt, da wir Fleisch haben, sollten wir allerdings uns auch um zwei Metzgereien kümmern. Und ja, noch drei Novizen. Ja, und ich würde es fast schon sagen, mit dem, was wir an Münzen bereits haben und noch kriegen können, und da wir ja jetzt dann Wurst produzieren, machen wir folgendes. Wir reißen den, ähm, Münzenpräger ein und lassen den hier mit Wurst arbeiten. So, verdoppeln wir unsere Münzen auch. Und behalten gleichzeitig einfache Verpflegung bei. Wir haben zwei Metzgereien. Eine wird für die Münzprägerei produzieren. Die andere wird für unsere Kaserne produzieren. Da sollten wir übrigens dann auch mal doch langsam, aber sicher neue Truppen ausbilden. Und dazu brauchen wir auch mehr Bodenfläche. So, wir haben immer noch einen Pissiespunkt übrig, den wir nicht auskippen können. Ja, ja, neue Gebäude werden ja schon gebaut. Hier wird Wurst produziert. So, in der Kirche haben wir genug Geisten hier, um die Geologie zu produzieren. Äh, zu erforschen. Da guckt, wie unsere Verpflegung jetzt wirklich ansteigt. Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen wirtschaftlich umgeändert haben. Ja, Micromanagement ist in diesem Siedlerteil auch sehr wichtig. So, vier neue geistliche. Und wir sollten noch wenigstens zwei Pikiniere einstellen. Und dann brauchen wir noch mindestens vier Schützen. Fünf wäre sogar noch besser. So, Geologie wird erforscht. Also, keine Sorge. In den späteren Missionen wird das hier ein riesiger Tech-Tree werden. Oh, und wir sind wieder am Limit. Das heißt... Oh, das war jetzt ein gehobenes Wohnhaus. Egal. Ja, im Augenblick kommen wir halt nur mit Wohnhäusern bauen. Klar. Zum Ausbauen der Wohnhäuser bräuchten wir erst das hier. Und ja, wir könnten jetzt theoretisch ein bisschen das Tisch in unserem Friedhof errichten. Äh, in unserem Kirche errichten. Nämlich in Form von Friedhöfen. Tada. Jetzt haben wir einen kleinen schnuckligen Friedhof und unsere Kirche. So. Oh, die haben hier nichts mehr zu tun. Also können wir den Steinbruch einreißen. Noch haben wir ja etwas Stein. Und noch geht uns die Wurst nicht aus. Ah, wir haben die Nomizen, die wir brauchen für die Ballistik. Und ja, man sieht, wir könnten uns sogar schon selber überbieten, einfach um unsere Chance zu erhöhen, den zum Schlag zu kriegen. So. Dann geben wir auch noch fünf Musketiere gleich in Auftrag. Dadurch reservieren wir schon mal etwas von der Wurst. Und ja, die Musik im Hintergrund und dann malt die Stimmung sogar noch ziemlich gut. Ja, theoretisch könnten wir jetzt wieder Nahrung in die Berghütte pumpen. Das lassen wir aber mal bleiben. Wir warten darauf, mit Hilfe dieser Technologie sollte Raspun ein leichtes Ziel sein. Gebt Acht, er versteckt sich in den nördlichen Bergen und scheint gut verteidigt zu sein. Findet einen Weg zu ihm und stattet ihm einen kurzen Besuch ab. Der Drachenorden wird triumphieren. Ja, indem er schlaft und nichts tut. Gut, Raspuns Hauptburg können wir nicht angreifen, weil wir haben keine Kanonen, um die Mauern zu durchdringen. Wir können Raspun nur diesen Sektor wegnehmen. Damit schneiden wir ihn von allem anderen halt ab und zwingen ihn dadurch zur Aufgabe. Schick, was Brun hat hier hinten auch noch eine gelette Wirtschaft. Ja, manchmal macht es halt wirklich Sinn, so Sachen zu zentralisieren, wie zum Beispiel die Windmünion. Dadurch kriegen wir auf jeden Fall genug Getreide, dass unsere Bäcker hier ihn nur packen können. So, wir müssen aber immer noch auf die Wurst warten. dann haben wir nämlich mehr als genug Truppen. Also ja, Wurst sollte kein Problem sein. Na komm, packen wir noch zwei Pekiniere hinzu. Sicher ist sicher. Weil, wenn ihr euch erinnert, in der letzten Mission haben wir es gerade so geschafft, einen dieser Türme zu zerstören und haben ziemlich viel Verluste einstecken müssen. Jetzt haben wir Ballistik, damit machen wir 33% mehr Schaden, sollten ihn also schneller runterkriegen und weniger Leute verlieren. Deswegen zur Demonstration spreche ich genau dieselbe Konstellation wieder auf wie in der letzten Mission, nämlich 10 Pekiniere und 15 Musketiere. Ja, da kommt die Wurst für den letzten Musketier. Oh, und wir sind wieder auf Maus durch das Video zurückgebracht worden. Da kommt die Wurst. So. Jetzt fehlt halt nur noch das Gold für die beiden Pekiniere. Ja, wir können mal in den Statistiken gucken. Die Brotproduktion ist okay. Mehl ebenso. Und Getreide auch. Die Brotproduktion ist okay. Die Brotproduktion Bis zum nächsten Mal.